Schöne, Fabi. Artig. So, Ido auf außen. Komm Junge. Oh! Oh! Ja! Was? Was war'n das? Ist das geil! Wie rutscht'n der da rein, ey? Ja, da macht er den Flieger, um Gottes Willen, ey. Ey, das müssen wir noch mal angucken, ey. Chancebucher auf beiden Seiten. Naja, da ist jetzt einer zufällig reingegangen. Was zum Geier war das denn, ey? War Kastainus da noch dran? Ach, tatsächlich. Der lenkt den Ball noch ins Tor. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei FIFA, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Was für ein geiles Tor. Ah, Marcel mit dem Goal-Emoji. Genau.